Wir befinden uns in Australien. Hier begegnet die Polizei einem brennenden Anhänger, der schon gut 20 Meilen auf dem Highway unterwegs ist. Dabei hat das brennende Anhängsel haufenweise brennende Trümmer hinterlassen. Die Funken und Flammen sollen dabei mehrere Brände am Straßenrand ausgelöst haben. Als die Polizisten das brennende Fahrzeug einholen, sieht man, dass der Anhänger nicht mal mehr Räder besitzt. Warum der Fahrer einfach weitergefahren ist und nicht angehalten hat, ist noch unbekannt. Untertitelung des ZDF, 2020